im schlaf um spaten erschlagen miese aktion ging leider nicht anders stil handgranaten das ist ja hier wie im schlafen land kann ich jetzt gleich hier ordentlich ein bisschen bisschen feuerwerk starten wo stolperdrahtbombe mal eben hier um die ecke schauen ok da verschwende ich jetzt keine keine granate so daneben auch noch ok so gefällt mir das schön schön leise hier durch die gegend schleichen jetzt ist vorbei da schleiche mich jetzt mal eben durch so noch noch alles ruhig steht da Achtung, Feindstellung Okay, da kommt schon der Nächste Die kommen hier alle Und holen sich einen Schlag mit dem Spaten ab Der wird ein richtiger Meuchelmörder hier Noch macht das Spaß So, jetzt kommt der Nächste Der kommt wahrscheinlich hier rum Jetzt, komischerweise, werden die da hinten alarmiert Oder was Ja, okay, vielleicht hören sie ihre Kollegen nicht mehr Könnte natürlich ein Grund sein Ah, kommt der hier hin? Boah, ich bin mir gerade nicht sicher Aber Der komische Typ, der hier immer so rumschleicht Und zwar der Der bräuchte auch mal Sendepause Würde ich so sagen Ja, komm mal hier hin Geh mal deine Runde Dann kann ich dich ein bisschen Joa, kann ich mal ein bisschen Gesichtschirurgie betreiben Ja, ich hätte den eigentlich markieren sollen Oh Äh Mache ich jetzt mal Richtig So kann ich da nicht hinterher So kann ich da nicht hinterher Nein, du hast da nicht hinterher Nein, du hast nix gesehen Du hast doch nix gesehen Mann, 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 Mann Mann, Mann Was eine spannende Folge heute So, der kommt jetzt Wahrscheinlich gucken, was hier los ist Ja, der ist ganz neugierig Der ist schon richtig gespannt Und der kriegt jetzt natürlich auch einen Schlag im Nacken Nein Gar nix gut Nix in Ordnung So, einer fehlt hier noch Wo haben wir den Kollegen? Boah Irgendwie Ja, ist der nicht mehr da Ich würde sagen Ich rück dann einfach mal ein bisschen vor Hm Ah, okay Ey Ey, geh doch von der Kiste runter Ja Stielhandgranate Ach Mehr als drei geht eh nicht Hm Ich sehe hier nix Oh, jetzt sehe ich wieder Jetzt muss ich sehr leise sein Meine Fresse Oh, jetzt habe ich Jetzt habe ich hier alles alarmiert Glaube ich Da mal schöne Granate rüber Hat nicht viel gebracht Oder Jetzt habe ich Jetzt habe ich Probleme Jetzt habe ich hier ausgelöst Oh, jetzt wird es spannend Schöne Scheiße Boah, jetzt die Ratten Von wo hat er geschossen Von wo hat er geschossen Da Jetzt kommen sie alle Habe ich auch Habe ich auch Sind die doof So Ich versuche mal hier abzuhauen Ein bisschen Gekonnt Niedergeschlagen Hu Alter Das macht mich schon nervös Hier Äh, Home Run Das sind deutsche MG's In meinem Rücken Veranlassten mich dazu Den Kopf einzuziehen Das Niemandsland war ein Labyrinth Aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs Hatte irgendetwas den Absturz überstanden? Ah, okay Unsere Maschine Wir sind hier Niemandsland Wir müssen los Sofort Ich komme nicht hoch Scheiße Also hat Wilson doch überlebt Er meinte gerade irgendwie Der hätte nicht überlebt Oder habe ich da irgendwie Was missverstanden Jetzt sei doch leise Und die Orden Wir wollten Held sein Ich bin kein Held Aber du hast mir dein Wort gegeben Dein verdammtes Wort Entweder du bist ein anständiger Kerl Und hilfst mir Oder du bist ein Verlogener Basterd Der mich verdammt nochmal Erlöst Also Was ist jetzt Leg die Karte auf den Tisch Blackburn Du bist nicht George Ricker, was? Dein Sohn ist Fiebner Laufwind, Sir Für wie naiv hältst du mich? Okay Haben wir ab hier So Jetzt müssen wir den Kollegen Hier wahrscheinlich Boah Durch die Gegend schleppen Der Junge hatte viel Blut verloren Er hatte nur wenig Zeit In Leben zurück zu bringen Ja Wie mache ich das denn? Waffen ist jetzt nicht Wie kann ich denn hier ablegen Oder was? Ich habe keinen Plan Oh Ah 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 Okay Einfach weiterlaufen Hoff ich Ich ducke die ganze Zeit Ich weiß nicht Was der jetzt will Ja Ausweichen Witzig Witzig Der Kollege Viel Ausweichmöglichkeiten Hat man ja hier nicht gerade Ja Okay 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 Nicht gut Nicht gut Boah Oh 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 Keine gute Idee Also richtig kacke ist Er hatte nur wenig Zeit In Leben zurück zu bringen So richtig kacke ist Man kann sich hier irgendwie nicht Nicht Äh Jo Optimal verstecken Und vor allen Dingen Gar nicht verteidigen Das macht mir die meiste Sorge hier Ähm Da muss ich mir mal was überlegen Die Deutschen sind nicht dafür bekannt Ja Das heißt natürlich nichts gutes Äh Was mit uns passiert Hat man ja gerade gesehen Sobald der Suchscheinwerfer uns Irgendwie Erblickt Ziemlich uncool Ich finde auch keinen Weg da unten durch Hier muss man glaube ich einfach schnell durchlaufen So Zumindest habe ich hier eine Blockade gefunden Wo es relativ Äh Safe ist Jetzt muss ich mich glaube ich von Objekt zu Objekt Äh Hier vorrücken Äh Durchkämpfen wollte ich sagen Äh Kämpfen ist ja nicht Immer schöne Oh Immer schöne Immer schön Äh Was ist mit ihm da? Ach der ist gerade gestorben Äh Ah jetzt Schön scheiße hier Ja Bin ja schon dabei Sobald der hier weg schwenkt Versuche ich hier rüber zu laufen Aha Schwenk mal weg Meine Jüte Warte auf eine Lücke ist gut Warte auf eine Lücke ist gut Ich muss hier einfach Einfach rüber laufen Nützt ja nichts Wir haben es geschafft Ja Mein Gott Das war ja spannend jetzt Ich hätte es nicht gedacht Dass wir das schaffen Wilson hat mich einen verlogenen Nichtsnutzigen Mistkerl genannt Ich habe ihn gerettet Weil er wahrscheinlich Recht hat Und diesen Umstand Hasse ich mehr als alles andere Er hat den Mann durch niemanden Land getragen Der Kerl ist ein verdammter Held Nein Er ist nichts dergleichen Er ist ein Betrüger Ein Dieb Und ein Lügner Und er wird für seine Verbrechen bezahlen Das ist ein Betrüger Das war's für heute. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, Hörster. Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Doch kaum, aber... Danke. Zu mir, willst du nicht mehr auch einen schützen? Hier drüben! Ich mach's! Rekom, lass mich helfen! Du verdienst es nicht zu fliegen! Willst du? Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Na komm, wir ziehen das durch. Bist du sicher, dass du nichts aussetzen willst? Keine Chance! Entschuldigung, in Ordnung! Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017